ja geben wir uns noch das musikvideo von in scope führerschein ich habe tatsächlich schon mal reingeschaut gehabt wie gesagt das ganze hat jetzt 835.000 klicks keine ahnung wird doch monat dauern dann hat er auf jeden fall die millionen ja sagen wir können uns einfach mal das musikvideo ja das ganze natürlich produziert bei party beats und ja einiges an autotune schwimmt auf jeden fall mit brutales auto natürlich der bensterne im hintergrund ist übertrieben geil finde ich geil gemacht also natürlich viel autotune natürlich aber ich finde das lied eigentlich ganz geil bringt so ein geilen vibe rüber und ja das lied handelt sich natürlich um ja ich hab cash ich hab ein geiles auto doch bevor ich wegen stress durchdrehe bekomme ich den kopf ein ganz gut wie viel ps hat er überhaupt 612 oder so kann es sein geil an die kurzen aare stehen auf jeden fall finde ich eigentlich also dieser ja die art boxerschnitt die er jetzt auf jeden fall trägt ich weiß nicht also die haben sie es ja natürlich im video von moi ist abgeschnitten aber ich feiere es steht dem irgendwie natürlich auch werbung für die eigene marke olakala ist schon okay wenn man es mit einbaut aber das lied das lied geht auf jeden fall klar geht voll in ordnung ich finde es geil so eine scheiß musste sechs monate seinen führerschein abgeben oder ja gut gode oder ich habe es also das war es auf jeden fall mit dem lied von ihm führerschein mit dem musikvideo ich finds geil das video so viel das video ist gut gemacht das lied ist auf jeden fall auch geil ist sogar pumper also feier ich